So, an der Stelle müssen wir einmal das aktuelle Programm unterbrechen, denn es gibt unglaublich gute Neuigkeiten für Sie. Wir haben eins der brandneuen Produkte, das Sie lieben, jetzt lieferbar, das ist jetzt direkt verfügbar aus dem neuen Katalog, so schaut er ja aus, das ist der Weihnachtskatalog, da können wir mal gemeinsam schauen, hier auf Seite 70, da ist sie, diese tolle Stereoanlage, diese Kompaktanlage, jetzt ist sie endlich lieferbar, jetzt ist sie verfügbar, das bedeutet für Sie, wenn Sie sie sofort haben möchten, dann jetzt mit dabei sein und gleich bestellen, weil die Nachfrage ist ja schon groß. Die Nachfrage ist schon riesengroß gewesen, schon alleine nur, wo die Vorbestellung Möglichkeit ist, jetzt haben wir sie aber hier vor Ort und vor allem, sie ist sofort ab Lager lieferbar, das heißt, Sie können sich darauf freuen, dass diese tolle Anlage in wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause ist. Ich fange erst mal an mit dem Design, schauen Sie sich das Design an, edel, toll verarbeitet, wir haben hier ein ansprechendes Metallgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfrontplatte und Lautsprecher sogar in dieser Holzoptik, also hier ist an alles natürlich für Sie gedacht und wir haben sogar verschiedene Zusatzfunktionen und die sehen Sie ja jetzt hier auch gerade perfekt eingeblendet, denn vom klassischen Radio bis hin zum DRB Plus Radio bis hin zum Weltradio, nämlich das Internetradio und da hat man wirklich Radiogenuss der Spitzenklasse, vielleicht vom letzten Urlaubsland Makachi oder vielleicht auch mal seine Lieblingsmusik einfach im Lieblingsgenre hören, das geht natürlich hier perfekt. Zahlreiche Extras sind auch noch mal mit für Sie verarbeitet, eine klassische CD, da haben Sie bestimmt auch noch ganz viele zu Hause, ich habe ganz viele CDs, aber viele moderne Hi-Fi-Anlagen haben eben gar kein CD-Laufwerk, weil das so in Klammern gesagt wird, altmodisch ist. Aber was machst du mit diesen CDs? Du möchtest die doch auch noch hören. Das können tolle Erinnerungen sein, das können tolle Lieder sein, die es vielleicht so auch gar nicht mehr gibt zum Beispiel. Das kann ich alles hier mit dieser Anlage sofort einmal hören. Auf dem großen Display habe ich ganz viele Informationen, wie den Sendenamen, die Titelinformationen, Uhrzeit, Datum, selbst sogar die Börse und Aktienwerte werden Ihnen angezeigt. Oder das Wetter und der Wettertrend und vor allem neuen Equalizer zeigen Ihnen alles ganz genau auf und machen den besten Sound für Sie. Und wir sind ja so kurz vor Weihnachten, ich glaube da gehört doch auch einfach so ein bisschen die Weihnachtsmusik dazu. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, am heiligen Abend steht diese Anlage bei Ihnen im Wohnzimmer und Sie lassen dort Ihre Weihnachtsmusik einmal klingen. Wollen wir das mal zusammen machen? Ja. Komm, dann gehen wir einmal hier vor, können Sie alles nämlich auch mit Fernbedienung bedienen. Und jetzt lauschen Sie einfach nur der Musik den Klang, den wir natürlich hier für Sie haben. Und das ist schon was Besonderes. Da kommt automatisch gute Laune auf, da kommt automatisch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung mit zu Ihnen. Und ich glaube, Sie möchten auch nicht nach diesem schweren Jahr Weihnachten vielleicht mit noch so einem kleinen, normalen Radio verbringen, sondern gehen Sie mal hier auf so ein modernes Gerät ein. Lassen Sie diese Musik einfach mal auf sich wirken. Denn das ist ja auch ein schöner, voller Klang durch die neuen Equalizer, die ja hier mit verarbeitet sind. Wir haben diese Holzoptikboxen. Vor allem, wenn Sie sagen, die möchten Sie noch ein bisschen mehr herausputzen. Schauen Sie sich das mal an. Sie können das aufmachen. Da hat das nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung. Sieht natürlich auch nochmal ganz anders aus. Man sieht natürlich jetzt nochmal so ein bisschen auch hier das Innere der Boxen, den perfekten Klang, der natürlich hier mit für Sie herauskommt. Und merkst du die Bässe, die da gerade auch so ein bisschen schon mit in diesem Lied jetzt dabei sind. Jetzt stell dir mal vor, du hörst da deine Lieblingsmusik aus dem Urlaub. Bei mir wäre es jetzt die Dominikanische Republik. Das war mein letztes Urlaubsland. Das wäre so spanische Musik gewesen. Und die in dieser Spitzenklasse hören, das macht richtig viel Spaß. Oh, machen Sie das auch. Genießen Sie. Oh, jetzt für Sie lieferbar. Unsere tolle, brandneue Micro-Stereo-Anlage mit Webradio. Allem drum und dran in diesem wunderschönen Design. Jetzt für Sie dann direkt verfügbar. Bekommt Versandkosten frei übrigens zu Ihnen nach Hause. Richtig schick. Ein toller Klang. Eine Wahnsinnstechnik für 169,94 Euro. Und die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 300 Euro. Also Sie profitieren jetzt wieder von unserem TV-Sonderpreis. 169,94 Euro mit der Bestellnummer ZX1841569. Und schauen Sie sich noch mal im Detail einfach an. Wir haben diese hochwertigen Holzoptikboxen mit dem besten Soundgefühl. Wir haben diese edle, ansprechendes Metallgehäuse mit gebürsteter Aluminium-Frontplatte. Das sieht richtig edel, richtig fein aus. Und natürlich dieses große Display, Farbdisplay natürlich. Sogar durch das Internet habe ich ja auch noch zusätzliche weitere Funktionen. Das heißt, ich kann zum Beispiel eben auch den Wettertrend mal beobachten. Kennen Sie das? Sie wollen früh aufstehen und überlegen, wie wird denn heute eigentlich das Wetter werden? Ja, das können Sie ab sofort an Ihrer neuen Mikro-Stereo-Anlage einfach genießen. Und ich sage Ihnen eins, den schalten Sie morgens früh ein. Da haben Sie gute Laune. Sie wissen Bescheid, wie Sie sich auf den Tag vorbereiten müssen, was Sie anziehen müssen. Die hat übrigens, das kann man sehr schön auch an der Fernbedienung natürlich auch noch mal sehen, Die hat einmal eine Dimmer-Funktion. Das heißt, man kann die natürlich auch vom Farbdisplay perfekt mit dimmen. Und wir haben zusätzlich sogar eine Sleep-Funktion. Das ist ein Sleep-Timer mitverarbeitet. Das heißt, wenn du die jetzt zum Beispiel abends auch gemütlich noch zum Einschlafen nutzen willst, um vielleicht Nachrichten oder vielleicht auch irgendwas aus dem Internet noch zu hören, kannst du hier den Sleep-Timer aktivieren bis zu 90 Minuten. Und dann kann ich hier ohne Probleme sofort einmal den Sleep-Timer aktivieren. Und die Anlage schaltet sich aus magischen Händen automatisch aus. Oh, ist das schön. Also hier wirklich an alles gedacht. Und das bei diesem wunderschönen Design, das wir hier haben. Also mich begeistert das total. Und sie ist jetzt für Sie lieferbar, jetzt für Sie verfügbar. Das heißt, wenn Sie jetzt bestellen innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause, ein, zwei Tage, zack, haben Sie die und können die dann richtig toll aufstellen, genießen oder selbstverständlich auch verschenken, wenn Sie möchten. Also so kleiner Tipp. So was ist auch ein schönes Geschenk vielleicht für Ihren Sohn, Ihre Tochter oder auch für einen Enkel für das Jugendzimmer oder so was geht das ja auch. Das ist ja wirklich so ein richtiger Hingucker. Und gerade hier mit dem tollen Metallgehäuse, diese Lautsprecher, diesem LCD-Display und dann diesen Funktionen wie DAB+, FM, CD-Player, Bluetooth. Ich meine, da ist ja alles dabei, was man brauchen kann. Und bei der Verarbeitung, die begeistert mich total. Diese hochwertige Verarbeitung, die wir haben. Ja, eine ganz, ganz edle Verarbeitung, die natürlich hiermit für Sie dabei ist. Und vor allem, wenn Sie sich das Ganze auch noch mal anschauen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen USB-Stick drangesteckt, um einfach unsere Weihnachtsmusik abzuspielen. Aber wir können ja gerne mal gemeinsam mal durchs Menü gehen, dass Sie einfach mal wissen, was alles geht. Dazu gehe ich einfach mal kurz nach vorne, bewege das mal hier. Schauen Sie mal hier aufs Display. Da gibt es ja, wir haben den AUX-Anschluss. Also noch mal ein externes Gerät, was wir verfügen können. Wir können natürlich auch das Bluetooth, unser Smartphone damit verbinden. Internetradio, überhaupt kein Problem. Direkt Podcast über Ihre neue Mikro-Stereo-Anlage hören. DAB-Plus-Radio. Wir haben das klassische UKW-Radio. CD und so wie wir es gerade jetzt hier abspielen, USB. Also da steckt wirklich so viel Technik drin. Und das zu diesem ganz, ganz kleinen Preis. Das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Wir machen es möglich. Wir bieten Ihnen hier eine ganz besondere Anlage an. Ich finde vor allem auch, das ist nicht so eine große Anlage. Die nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Also die kannst du auch mal in die Küche mit hineinstellen. Die kannst du ins Esszimmer schön positionieren. Oder eben auch wirklich so als Highlight ins Wohnzimmer auf ein schönes Sideboard. Daneben noch ein bisschen was Dekoratives. Das macht optisch was her. Nimmt aber eben auch nicht zu viel Platz weg. So, dass man auch noch schön dekorieren kann. Jetzt schon wieder stark nachgefragt hier bei uns. Sie dürfen jetzt direkt bestellen. Zum Beispiel Heinz hat gerade bestellt. Liebe Grüße Heinz. Ja, perfekt. Ich hoffe für Sie selber. Oder vielleicht auch ein Geschenk. Sie machen das auf jeden Fall richtig. Weil das ist ein richtiges Schmuckstück. Nochmal unverbindliche Preisempfehlung. 300 Euro hier. Aber für Sie jetzt exklusiv natürlich zum TV-Sonderpreis. Deshalb nutzen Sie unseren TV-Sonderpreis. Rufen Sie jetzt gleich an. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da. Die Bestellnummer nochmal. ZX 18 41 569. Und hier aus dem ganz neuen Katalog. Brandneu. Jetzt schon für Sie hier bei Pearl TV zum TV-Sonderpreis. Und da steht toll Musikgenuss. Nichts mehr im Wege. Ja. Nichts mehr im Wege. Nichts mehr im Wege. Ja. Ja. Da. Ja. 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 Ja.